Episode 333. Schluss mit dem Tool-Wahnsinn. Die Top 5 AI-Tools, die du wirklich brauchst. Mehr dazu nach dem Intro. Los geht's! Schön, dass ich wieder in deinem Ohr sein darf oder auf deinem Screen. Geh nach dem, ob du das Ganze jetzt hier siehst oder hörst. Vielen, vielen herzlichen Dank dafür. Und wenn du einer der über 660 Mitglieder in meiner Bildung Rock mit KI Community of School bist, ganz, ganz herzlichen Dank dafür. Das bedeutet mir wirklich sehr viel. Wenn du das noch nicht bist, komm gerne rein. Sei aber auch aktiv, denn es ist uns sehr schade, wenn es zwar eine Community ist mit 660 Mitgliedern, aber die Interaktion dort dann halt nicht so ganz stattfindet. Das fände ich sehr schade. Dafür habe ich das Ganze ja nicht ins Leben gerufen. Und es geht nicht nur darum, dass ich hier the master of bin, sondern es geht darum, dass jeder Einzelne sich untereinander vernetzen und austauschen soll. Das ist ja eine Community hier über das Thema. Und wie komme ich jetzt eigentlich, apropos Thema, auf das heutige Thema der Episode? Ich bin jetzt in meiner AI-Practitioner-Ausbildung gefragt worden, ja, Mareike, du zeigst uns ja das ganze Portfolio an Tools in ganz unterschiedlichen Bereichen. Aber was kann ich denn gebrauchen? Das ist eine Frage, die kann ich sehr schlecht beantworten. Die kann ich jetzt auch bei dir nicht beantworten, weil dafür müsste ich wissen, für welche Anwendungsfälle brauchst du das. Und das ist immer ganz, ganz wichtig. Es gibt zwei Dinge, die du immer als erstes klären solltest. Einmal die Rolle, die du innehast, oder die Zielgruppe, die du ansprechen möchtest. Weil jede Zielgruppe hat natürlich auch andere Voraussetzungen. Also guck dir erst mal an, welche Rolle habe ich inne und an wen möchte ich mich eigentlich richten damit? Mit den Sachen, die ich produziere oder die die KI für mich übernehmen soll. Wenn du da keine Zielgruppe hast und du selber die Zielgruppe bist, ist das auch alles gut und fein. Dann kommt es aber noch darauf an, was hast du denn für einen Anwendungsfall? Und das ist halt von KI zu KI total unterschiedlich. Das schwankt auch manchmal innerhalb der KI-Tools. Aber es ist natürlich so, dass du hier gucken kannst oder solltest, für welchen Anwendungsfall habe ich das denn? Und ich sage mal so, eine Seminarbeschreibung ist ein ganz anderer Use Case, als jetzt zum Beispiel Mitarbeiterführung. Wenn du dazu Informationen brauchst. Oder machen wir mal zwei ganz extreme Beispiele. Du möchtest dich zum Thema bodenständige Spiritualität auseinandersetzen und willst dich mit dem Thema befassen. Und auf der anderen Seite möchtest du aber auch weiter in den KI-Themen drinbleiben. Was gibt es denn da Aktuelles? Dann sind das zwei unterschiedliche Anwendungsfälle. Jetzt nur mal als Beispiel. Und dementsprechend suchst du dann das entsprechende KI-Tool für deinen Anwendungsfall raus. Und dann gehst du her und guckst, dass du das Ganze auf die Straße bringst, ins Tun kommst. Denn das ist eine Grundvoraussetzung dafür, ins Tun zu kommen. Und ich habe dafür jetzt ein Tool für mich entwickelt und für meine Teilnehmenden entwickelt. Das ist jetzt innerhalb dieser Woche entstanden. Und die wissen noch gar nichts davon. Die haben es auch noch nicht gesehen. Das heißt also, es gibt jetzt eine Premiere. Du erfährst eher davon als meine Teilnehmenden. Und deswegen möchte ich dir das aber trotzdem zeigen. Es wird für meine Teilnehmenden der IA-Practitioner-Ausbildung gibt es das Ganze als PDF. Und da wird es auch noch entsprechende Karten zugeben. Die sind aber noch immer stehen. Die habe ich jetzt noch nicht fertig gemacht. Aber ich wollte dir zumindest schon mal hier mit auf den Weg geben, um eine bessere Entscheidung zu finden. Darum geht es ja. Weil ganz oft höre ich, ich kann mich aber nicht entscheiden, welches Tool ich nehmen soll. Und dann komme ich nicht in die Handlung. Ja, kommst du auch nicht. Und wenn du dann noch dem Fear of Missing Out unterliegst, dann kommst du erst recht nicht in die Handlung. Und dann heißt es dann, ja, mit der KI bin ich auch nicht schneller. Stimmt. Weil erstens gibst du der KI gar keine Chance, dich richtig zu unterstützen. Und zweitens wird es ein bisschen schwierig, wenn du ein KI-Tool suchst für jeden Anwendungsfall. Dann hast du im Prinzip für keinen Anwendungsfall irgendwas. Also schau auch immer, was passt zu dir. Und dann kannst du immer noch gucken, was gibt es für weitere KI-Tools. Deswegen habe ich ja meinen Teilnehmenden jetzt auch gesagt, ihr kriegt eine iBibliothek. Da ist dann auch KI über Miro drin. Da ist Canva mit drin. Da ist auch Zoom-Companion, die ja jetzt auch verändert wurde. Das kommt alles da mit rein. Das können die dann finden. Da gibt es lebenslangen Zugriff drauf. Und ich habe es jetzt sogar geändert, dass beim AI-Practitioner gibt es jetzt auch lebenslangen Zugriff. Also lebenslangen, was auch immer das heißen mag. Aber mehr als 180 Tage, die es bisher gab. So. Also von daher kannst du dir das Ganze überlegen. Das startet ja wieder im November. Und diesmal in einem Abendformat, weil ich halt gesagt gekriegt habe, ja, Mareike, morgens ist es immer so schwierig. Da bin ich selber am Trainieren. Oder ich habe Coaching-Termine. Kannst du das nicht auf Abends legen? Habe ich gemacht. Ich habe also drauf gehört. Ich habe es auf Abends gelegt. Schau dir das Ganze an, wenn du das möchtest. Und es entwickelt sich immer weiter. Es wird auch in meiner Entwicklung immer mehr stattfinden. Aber das finde ich auch das Schöne. Es ist nicht in Stein gemeistert und bleibt dann so für die Ewigkeit, sondern es geht weiter voran. Jetzt schnacke ich aber nicht weiter lange drumherum, sondern ich nehme dich wirklich direkt mit in dieses Tool rein und zeichne dir das Ganze. Und dir sage ich das halt. Es ist eine PDF geworden, wo fünf Felder sind. Mehr ist eigentlich gar nicht da. Es sind fünf Felder da und da steht dann halt AI Top 5 Toolkit. So habe ich das Ganze genannt. Und ich fange mal damit an, dass ich jetzt sage, ich brauche, ich teile das jetzt mal in Bereiche. Das kannst du machen, musst du aber nicht. Und ich mache das jetzt einmal in Bilder-KIs. Dann mache ich das Ganze für den Textbereich natürlich. Unsere Texte. Da sollen Texte generiert werden. Ich mache das hier wirklich relativ hands-on. Dann möchte ich das Ganze haben. Also ich stehe dann hier. Oder gehe. Mit dem Smartphone in der Hand. Und möchte da mich unterhalten mit. Jetzt mache ich noch eine Blase hin. Damit ich dann das Gespräch auch. Das soll dann das Gespräch sein. Also was kann ich für unterwegs nutzen? Welches KI-Tool? Dann habe ich das Ganze nochmal. Video Content Erstellung. Also das ist dann einmal die Videoproduktion. Aber auch hinterher. Also nicht nur Videoproduktion vielleicht mit AI. Sondern vielleicht dann auch in ein Textformat. Wo dann ich im Prinzip einen Blog rauskriege. Und dann geht es um das große Thema. Oder das andere große Thema bei mir. Das ist dann so ein bisschen. Ich brauche schon mal Musik. Für eine Meditation. Oder ich brauche Musik für meine Teilnehmenden. So und das sind für mich diese fünf Bereiche. Bilder, Text, Sprache. Dann Videos und Audios. Oder beziehungsweise hier halt das Ganze in Audioformat. So und dann gehe ich her und überlege mir. Welche KI-Tools benutze ich denn gerade für die Bilderstellung? Das ist zum einen Flux. Und das soll später so sein, dass halt die Bildkarte hier draufkommt. Oder aber du kannst es auch machen mit einem Post-it. Also meine Teilnehmenden können sich das dann ausdrucken. Dann kriegen sie ein Post-it dazu. Und dann funktioniert das auch. Dann draufschreiben und draufkleben. Dann, ich bin ja ziemlich hands-on gestrickt. Es soll einfach sein. Es soll dir nutzen. Und deswegen habe ich das mir jetzt so überlegt für meine Teilnehmenden. Dali via Chat-GPT. Ich benutze Flux mit Journey Dali via Chat-GPT. Ich benutze auch noch sowas wie Ideogramm. Tut aber jetzt nicht zur Sache. So, dann für Texte benutze ich Chat-GPT. Ich benutze Claude, weil ich finde Claude schreibt nochmal ganz andere Texte. Und ich benutze Perplexity, vor allem wenn es um die Erstellung von Content ist, wo ich auch Quellen brauche. Dann nehme ich gerne Perplexity. Was ich natürlich auch nutze, sind die GPTs. Die schreibe ich mal mit auf. Die GPTs hier bei Chat-GPT. So, für unterwegs benutze ich sehr gerne einmal Chat-GPT. Wie gesagt, das kann bei dir ganz anders aussehen. Und je nachdem, welches Tool du hast oder auch nicht hast. Ich benutze gerne für unterwegs Chat-GPT fürs Brainstorming, für die Ideensammlung, um mich auch mit der KI auszutauschen oder als kollegialer Fallberater irgendwas. Also, wenn ich mich austauschen möchte mit der KI oder meine Ideen, da spreche ich dann auch ganz gerne mit der KI drüber, wie sie die Ganze findet. Und ich habe das ja dann hinterher in Chat-GPT. Was ich aber auch sehr gerne nutze ist, und ich werde nicht von einem dieser Tools bezahlt, also das ist meine persönliche Einstellung, ist entweder Audio-Pen oder Letterly. Warum benutze ich Audio-Pen? Audio-Pen benutze ich nochmal, weil ich mich hier nicht mit der KI unterhalte, sondern das ist wirklich, um meine Ideen festzuhalten. Das benutze ich vor allem am Browser sehr gerne, aber es gibt auch jetzt eine App davon. Letterly gibt es schon eine App von, aber noch keine Browser-Erweiterung. Da ist es genau andersrum. Die soll jetzt aber auch bald kommen. Und hier kann ich das, was ich gesagt habe, zum Beispiel gleich sagen, erstelle mir da einen Blog-Beitrag aus, Newsletter. Das kommt immer darauf an, wie gesagt, welchen Anwendungsfall habe ich gerade. Das ist die große Krux an der ganzen Geschichte. So, jetzt gehe ich mal zu dem Video-Contents-Erstellung. Da nehme ich sehr gerne Spirit Me. Und warum benutze ich Spirit Me? Ich könnte auch HeyGen benutzen. Ich habe aber Spirit Me einfach mal günstig bei AppSumo gekauft. Und ich bin sehr zufrieden mit dem Tool. Kannst du aber genauso gut auch mit HeyGen oder einem anderen Tool machen. Das ist, wenn ich aber meinen Avatar benutze und der funktioniert auch multilingual. Das heißt also, ich kann plötzlich auch Spanisch, Französisch oder sonst was. Da habe ich auch schon mal hier eine Episode drüber gemacht. So, wie ich auch schon Letterly und Audio-Pen miteinander verglichen habe. Also auch das funktioniert. Jetzt möchte ich aber gerne Videos im Textformat haben. Da kann ich zum einen nutzen CastMagic. Das ist ein Tool, das ich habe. Oder, was ich sehr gerne nutze, vor allem kann ich hier auch andere hochladen. Das ist, also meine eigenen Videos hochladen. Das ist Transcript LOL. Da muss ich nur sagen, es ist unter 4 GB und unter 20 Stunden. Dann kann ich die auch hier hochladen. Das sind die Tools, die ich für meine Transkribierung benutze. Drumherum teste ich immer und benutze auch andere Tools. Für die Musikgenerierung, wenn ich jetzt sage, ich möchte gerne eine Meditationsmusik benutzen, dann nehme ich gerne Suno oder Udo. Udo, genau. Oder aber, was mein Neuestes, da habe ich ja in einer der letzten Podcast-Episoden drüber gesprochen, ist Notebook LM von Google. So, und das sind jetzt nicht meine fünf Top-KI-Tools. Das kann bei dir wirklich, es kann sein, dass du sagst, hey, ich benutze bei Bildern immer Dali via ChatGPT. Dann nutze das. Wenn du damit zufrieden bist, go for it. Wenn du ChatGPT nutzt mit den GPTs, bist du schon sehr gut aufgestellt. Du musst nicht unbedingt Claude oder Perplexity haben. Für mich ist es eine gute Ergänzung, sieht aber vielleicht bei dir ganz anders aus. Bei Unterhaltung reicht es auch, wenn du ChatGPT hast. Wenn dich das nicht stört, dass sie da immer dazwischen spricht, wenn du eine Atempause machst. Alles gut. Wenn du keins für Videos hast, ist es auch okay. Oder für die Transkribierung. Dann benutze das von YouTube. Komm in meinen Kurs, kannst du dir angucken, wie ich das auch zeige. Wenn du sagst, ich brauche keine Musik, dann fällt der Punkt ja für dich weg. Dann könntest du auch sagen, ich benutze eines der Tools da und da. Und das ist das Schöne mit den Post-its, finde ich. Da kannst du halt dann immer da drauf kleben und kannst das verändern. Welches benutze ich denn für was? Und das ist etwas, was ich meinen Teilnehmenden gerne mitgebe. Es darf sich auch verändern. Aber ich glaube, du siehst bei mir an drei Stellen, nämlich an der Bildgenerierung, bei der Textgenerierung und bei der Sprache ist immer ChatGPT mit im Spiel. Bei mir. Und damit kann ich mindestens 60 bis 65 Prozent aller Anwendungsfälle von mir super gut abdecken. So, und jetzt kannst du dir überlegen, wie es bei dir aussieht. Und ich wollte es dir einfach mit dir teilen. Wie gesagt, du bist eher, also meine Teilnehmenden jetzt, die wissen nur, dass ich mir was angeschaut habe, dass ich da eine neue Idee noch für sie überlege. Und ihnen noch mehr zu helfen, welche Tools setze ich wann wie ein. Die kriegen es aber auch nochmal etwas anders aufgegliedert. Und zwar schreibe ich genau hin auf dem Miro-Board, welche KI kannst du für welchen Use Case einsetzen. Und dann können sie sich das überlegen anhand dieser Tabelle. Mir geht es nur darum, dass du eine Entscheidung triffst und dieser Tool-Wahnsinn aufhört. Du kannst immer mal wieder sagen, auch bei mir dann, hey, du hast das Tool vorgestellt, sehr cool, schaue ich mir mal näher an. Das ist okay. Aber ich wette mit dir, 65 Prozent kannst du mit fünf maximal KI-Tools sehr gut abdecken. 65 Prozent. Da bin ich von überzeugt. Überleg dir halt immer, welche Rolle hast du, welche Rolle hast du, um das Ganze auch einzusetzen. Welcher Use Case, welches KI-Tool ist dafür geeignet. Und ich habe es jetzt festgestellt, den Vergleich werde ich auch noch bringen. Ich habe jetzt für Flux auch ein Konto mir angelegt. Ich habe ein Video generiert mit Flux. Da ging es um das Thema aktives Zuhören. Und erstens sah es so ein bisschen aus, als wenn die beiden total verliebt gewesen wären. Das war aber jetzt nicht so das Störende. Dann habe ich das Ganze in einem Video umgepackt bei Flux. Und dann blitzete die Frau aber ziemlich komisch. Das fand ich jetzt nicht so passend, nicht so treffend. Habe auch schon ein paar Bilder mit Flux generiert. Und plötzlich hatte die Frau hinten am Hinterkopf so eine Hand, die aber von hinten irgendwie so kam. Die habe ich dann weggemacht, weil ich da auch zeigen wollte, wie das Ganze funktioniert, wenn man Generation, ich habe eine Frau erstellt. Und die dann altern lassen, wie das Ganze funktioniert beim Prompting. Wenn dich das interessiert, es gibt ein Modul, das nennt sich Bildgenerierung. Drei Stunden Bildgenerierung. Und ich sage dir eins, die drei Stunden reichen gar nicht aus, um das alles zu zeigen, was ich zeigen möchte, zeigen kann. Und deswegen gibt es ja die AI-Bibliothek. Textgenerierung. Ich benutze auch noch andere KI-Tools. Ja. Wie du weißt, ich habe eine Episode gemacht über Voila. Ich habe Max.ai vorgestellt und Merlin und habe die ganzen verglichen. Brauchst du die nicht unbedingt. Mir helfen sie. Und trotzdem habe ich, ich habe das jetzt nicht in KI-Tools gegliedert für mich, sondern ich habe es nach Anwendungsfällen gegliedert, also Bilder und all diesen Themenbereichen. Und dann kann ich für mich immer gucken, welches Tool fliegt denn hier auch raus, weil es mir gerade nicht so gefällt. Zeitflux hat mir jetzt auch schäbige Hände produziert, wo ich dann gedacht habe, ah, Mann, könnte man besser machen. Aber so what? Ich benutze es, ich probiere es aus. Mit Journey hat mich auch, überzeugt mich immer wieder davon, was die für tolle Bilder, was ich damit, also was ich für tolle Bilder damit erstellen kann. Ja, man erkennt es. Ja. Aber das ist für mich jetzt auch nicht unbedingt das große Problem. Und ich probiere hier auch viele neue Tools aus und werde mir jetzt auch wieder zwei neue Tools besorgen, die ich dann gleich wieder den AI-Practitionern vorstelle, weil das auch gerade so passte, weil ich zu einem Use Case was gefragt worden bin. Und dann werde ich mir das jetzt kaufen und werde das dann auch gleich vorstellen. Und dann kann die Person sich überlegen, ja, ist das was für mich oder ist das nichts für mich? Aber genau das ist es. Und wenn es dich interessiert und du sagst, ah, bei der Termin November, Dezember kann ich nicht so gut, Mareike, dann finde ich das natürlich total schade, weil dann wärst du nämlich im neuen Jahr super gut aufgestellt fürs neue Jahr. Wenn du sagst, das passt nicht, dann schreib mich auch einfach an oder geh auf meine Homepage und schau, was ich da so für ein neues KI-Tool bald integriere. Und ja, sei einfach gespannt, bleib neugierig, überleg dir das einfach. Wie viele KI-Tools brauchst du wirklich in deinem Daily Business? Und welche KI-Tools machen dir wann wieder das Leben einfacher? Und dann kommst du ins Tun. Und mit dem Tool möchte ich meinen Teilnehmenden auch eine Entscheidungshilfe an die Hand geben, wo sie wirklich sagen können, hey, das sind meine fünf Top-Tools. Und that's it. Mehr brauche ich erstmal nicht. Dann kannst du immer noch ein sechstes und siebtes Tool ausprobieren, wenn du genug Zeit hast. Aber mach erstmal mit den fünf Tools und arbeite damit, damit du dann auch wirklich ins Handeln kommst. Das ist es ja. Es nützt nichts, wenn du die ganzen Tools hast und dann nicht ins Handeln kommst. Das erlebe ich auch ganz oft. Ich finde es schade. In diesem Sinne bin ich jetzt raus aus deinem Ohr. Bis demnächst in deinem Ohr. Deine Mareike. Das war Bildung rockt von und mit mir Sandra Mareike Lang. Wenn du mehr erfahren möchtest über die Methoden und Technologien der Zukunft, dann klicke auf www.lerncoaching-podcast.de Das war Bildung rockt von und Technologien der Zukunft, dann klicke auf www.lerncoach.de